Dann hat der amerikanische Regierungssprecher eben gerade gesagt, man werde Beweise vorlegen, man habe klare Erkenntnisse, dass die Schuld bei Assad liegt. Bisher war das ja noch nicht so klar. Man wusste, es ist Giftgas eingesetzt worden, aber wer der Täter ist, ist noch nicht so ganz klar. Das ist eine Behauptung von Seiten der USA, die ganz klare propagandistische Interessen hat. Wenn wir uns wirklich fragen, wer hat ein Interesse an einem Einsatz von Massenvernichtungswaffen mit chemischen Kampfstoffen, dann kann das nicht das Regime sein, das genau weiß, das ist die rote Linie. Wenn wir chemische Kampfstoffe einsetzen, dann haben wir die stärkste Weltmacht gegen uns. Das heißt, aus der logischen Überlegung her kann das Assad-Regime nicht dafür verantwortlich sein. Allein die Aufständischen dürften das Ganze inszeniert haben. Das heißt, Sie haben jetzt nur die Ableitung. Das heißt, wenn die Amerikaner sagen, wir haben Belege, warum zweifeln Sie das an? Die werden Sie ja vorlegen müssen. Sie werden sie vorlegen müssen, aber wir haben schon einmal gesehen, welche Belege die Amerikaner vor dem Einmarsch im Irak vorgelegt haben. Diese Belege kann man beliebig fälschen und beliebig auslegen. Das heißt, es wird mit Sicherheit keinen eindeutigen Beweis dafür geben. Und auch die UN-Kommission, die soll ja nicht beweisen, wer für die Anschläge verantwortlich ist, sondern nur, dass ein Anschlag vorgekommen ist. Ich bin sicher, die Welt wird Sie sehr genau prüfen. Danke für den ersten Teil. Wir kommen gleich nochmal zu Ihnen zurück.